Hi Leute und willkommen zurück zu Nero Tomata. Im letzten Part haben wir hier gegen eine widerliche Maschine gekämpft. Und mit widerlich meine ich einfach weit über unserem Level. Ich weiß nicht, entweder gibt es hier keinen Cap, dass man mit Low Level auch High Level Quests annehmen kann. Oder das ist einfach so vom Spiel gedacht, also ihr müsstet jetzt schon Level 30 plus sein, um die Quests machen zu können. Ich habe keine Ahnung. Denn ich bin ja jetzt erst Level 14 und kriege einen Gegner mit Level 35. Oh, ich wollte es doch noch mal verhauen. Nein, 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 nein. Geh weg. Geh weg. Okay, jetzt bin ich mal 15. Dann ist das andere Viech immer noch 20 Level über mir gewesen. Und bei dem Test sind auch schon ein paar Leute gestorben, anscheinend. Okay, man kann hier scheinbar immer weiterhelfen. Das wird dann wahrscheinlich auch immer schwerer. Geh weg. Okay. Okay, ich bin ja schon. Dann beheb, ich bin ja schon. Ich bin ja schon. Och ich bin ja schon. ... Musik So, du wolltest ja was finden. So, du wolltest, du wolltest, du wolltest. So, du wolltest. So, du wolltest, du wolltest, du wolltest. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Plus 16 Plus 8 So Ach, das ist so nervig Mit ihm noch was gequatscht und dann kann man nicht vom NPC weggehen So, jetzt haben wir unsere kopierten Speicher Und das heißt, wir können noch ein bisschen was reintun Und Wir machen rein Verteidigung plus 30 Wir haben jetzt noch übrig 5 Gibt es was für 5 Unterstützung was für 5 Oder 4 Nein, nur Fundrate Angriff Nein System Team Team Ach, nee, 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 nee Nee, nee, nee Nee, nee, nee Das wollte ich gucken, ob ich den irgendwie austauschen kann, weil mir der zu teuer war. Weil das ist ja nur Schadensreduzierung um 10% und der kostet 19 Speicherplätze. Der macht 30 weniger Schaden und kostet 20. Der hat also 20% mehr und kostet nur einen Speicherplatz mehr, deshalb hier haben wir was mit 8. Ne, schade. Okay, können wir ins Dorf porten oder muss ich da hinlaufen? Füßen, Park, Pascalsdorf. Okay. Okay. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Im Auftrag des ZDF, 2020 Das eine war ein Waffenhändler, das andere war ein ganz normaler Job Ich wollte hier noch was gucken Sound Valley, das war dieses andere komische Beteiligung plus, ne, ne Achso, ja, man kann sogar auf Tieren reiten, habe ich, ähm Gesehen, wenn man diesen komischen Köder auslegt, den gehen die Tiere hin Und dann kann man sich an die Rand schleichen, auf die draufsetzen So Um... Oh, es ist 9S in 2B, yes? Those machines cost quite the ruckus, don't you think? We need to talk Of course I'll help however I can Pascal Yes, 2B? Aside from this village, are there any other machines that are cut off from the network? Hmm... I suppose that unpleasant songstress you so kindly defeated in the amusement park wasn't part of the network You mean that singing thing? Oh, and of course there's the forest kingdom, but... Forest kingdom? Yes It's a vast woodland area not far from here There's a group of machines there attempting to build a nation of sorts They're quite hostile to outsiders however We can't so much as go near the place Where is it? Northeast of the city ruins You should be able to reach it by passing through the ruins of the commercial facility If you go however, be careful Things have been rather rough there lately This... Forest kingdom sounds like something we should check out Yes, 2B? Yes, 2B? Wow, echte Jetzt... Jetzt habe ich die Quest dahin, wo ich mich letzt... Letztens gequält habe, weil ich da nicht weiterkomme Wollte mich verarschen Ja Diese Karte, ne? Ich laufe nach rechts und die Karte zeigt mir an, dass ich nach links laufe Das ist schon geil Ich hasse es, wenn die... Wenn sich das immer mitdreht Das ist schon geil Nein! Geh weg von mir, Dummy! Oh Was war das alles? Keine Idee Was hast du denn Schönes? Das sch yapıyor Say, 2B What? When do you think you'll be willing to call me Nines? 9S works just fine Oh, er will beim Spitzennamen genannt werden. Zweitens. Zweitens. This must be the commercial structure Pascal was talking about. The records say it was once a facility known as a shopping center. Ich komme auch hier immer noch nicht durch. Wollen die mich verarschen? No getting through here. Maybe there's some kind of mechanism we could engage? Oh. If we were human, we probably would have gone shopping and such here, right? More meaningless conjecture. You're so serious, 2B. You know that? Alert. Multiple machine life forms detected above our position. All hail the forest king! All hail the forest king! What the heck is the forest king? You're getting distracted. Well, what do you expect? I'm a scanner. Combat was never meant to be my forte. All hail the forest king! Check this guy. He's just running away. Jetzt nicht mehr. It's going to explode! Huh? Hey, where am I? Um, what's that? Hey there, guys. What's up? This seems weird, 2B. Let's kill it. Wait, what? No! Good idea. Nooooooo! Okay, what was that? Ähm, war das nicht davon, wo ich ne Maske hab? Oh, wie heißt das? Ist das auch, glaube ich, aus dem ersten Teil? Ich bin ja nicht ganz sicher. Aber... Auf jeden Fall erstmal volle Kanne durch den Zaun durch. Was wir ja eben nicht geschafft haben mit unserer Waffe. Und jetzt sind auch wieder niedrigere, niedrige Level Gegner. Nicht so wie bei den anderen beiden Sachen mit Level 35. Und dann können wir auch die Foto-Nebenquests jetzt hier abschließen. Das war getrunken. 恩, stop. Night. Ah! Achtung für die Androide. Engage battle mode. Jetzt kämpf für deinen König. Für den König! Hier kommen sie. Better keep your guard up. Ich bin bewusst, wie ich kämpfe. Ich komme in Frieden. Oder auch nicht. Diese Maschinen. Sie waren über ein König, richtig? Ich habe gesehen, wie ein Kastel in die Nähe war. Vielleicht sollten wir einen Blick nehmen. Okay, wir haben nochmal Todesheilung bekommen. Ist das hier mit drin? Das haben wir... Ach, das ist schon plus zwei Ding, was ich drin hab. Hm. Hm. Ich würde jetzt... Okay, hier ist die Main Story. Und hier neben müsste gleich der Foto-Platz sein. Suchen wir den erstmal. Okay. Okay. Das ist alles die Koordinatoren, die der Resistance-Member wollte. Okay. 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 Und dann haben wir die Foto-Quest jetzt auch abgeschlossen. Und da oben wäre noch eine Quest, so wie das aussieht. Okay. 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 Ok, da kommt noch richtig eine Menge Ergo auf uns zu. Ich würde, das sind alles 10% nur, ne? Ja, bis 10% nur. Ich hätte gerne eine höhere Fundrate, aber... ...kirchen. ... ... ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 Ich habe jetzt zweimal schon irgendwelche Chips gefunden, die nicht im Inventar sind. Alter, dann da viele Gegner. Einmal da und dann einmal in der Mitte bei der Hauptkiste. Wir sind nicht ausweicht. Scheiße. 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 Das ist ja widerlich, wenn die so einen Mehrfachangriff hintereinander machen und man kann dem nicht mehr ausweichen, wenn man einmal gehittet wurde. Scheiße. 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 Scheiße, ich bin ein. Okay, dann machen wir jetzt im nächsten Part hier weiter und gucken uns mal an, was die da unten vorhaben. Ciao Leute!